Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute Free For All. Mit dabei ist der Lenu und der Iceman. Äh, der Lenu und der Iceman. Der Lenu und der LJ. Und wir spielen heute auf Terminal. Only Sniper. Keine Granaten. Wie hast du zwei Hits gekriegt? Wer ist hinter mir? Karim. Karim geiert zu sehr. Kommt auf die Idee. Hä? Ich weg. Geh weg. Oh, ich denke, ich treffe gar nichts. Wieso treffe ich dich nicht? Wieso darf ich dich nicht treffen, Jogi? Aufklär, du. Ich geh auch hinzu und dahin. Hä? Lenu holt das mal ab. Ich hab ihn überhaupt nicht abgenommen. Ich spiele nur die ganze Zeit Radars piepen, weil die beide mit Radar spielt. Ich spiele mit Radar. Hä? Ich spiele gar nicht mit Radar. Dann spielt der LJ seinen Radar mitten in der Mitte in der Map gedroppt. Ach kacke! Du hast LJ gerade getötet, richtig? Ich wurde von LJ getötet. Wurde es gerade von mir getötet oder nicht? Achso, lol. Das ist anders, Basti. Du bist so scheiße weitläufig, ne? Richtig. F*** dich! Und wer von euch war das jetzt mit dem Zerstören? F*** dich! F*** dich! Also wer war es jetzt? Ich hab's zerstört. Oh, dein Drecksradar. Wie weit ist eigentlich die Range bei dem Radar? Ja, keine Ahnung. F*** dich! Das war 180! Ich hab's nicht gesehen. Nicht nur auf meinem Screen hast du mich auf 180 Grad gerät. Da gucktest du in meine Richtung. Wie weit reicht hier ist das Radar? F*** dich! Ich hab noch Störsender. Oh f***, wo hab ich denn noch? Ah, da ist das Rufmesser! F***! F***! Was?! Du kleiner Pisser! LJ, sag mal, wie weit reicht denn das Radar? Ziemlich weit, ganz ehrlich. Ah, ja, stimmt. Du hast den Störsender. Das kann ich auch mal achten. Du willst piepen in der Nähe. Ach man, LJ, Alter. Du mit deinem verfickten Radar. Ohne Spaß. Das reicht nicht bis dahin. Ne, so weit reicht es jetzt auch nicht. LJ, langer Gang. Du, aber so weit, ne? Das hat schon eine ordentliche Range, Alter. Ah. Das ist ja ehrlich so. Wer spielt da mit Schalldämpfer bei euch, what the f***? Hey, äh, Karim. Ah, dann hat der Wichser mich von hinten. Wer? Du! Naja, ach was. Wer war das jetzt? Ich. Da ist schon mega OP. Damit. Wo ist Karim? Ich sehe Karim nicht mehr. Es wird immer nur noch von LJ getötet. Ein Camper. Ich tippen müsste, bist du hier. F*** Dich! 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 Du kleiner Wichser, Alter! F*** Dich! Er weiß es halt direkt. So sicher weiß ich es direkt. F*** Dich! Da hab ich doch früher nie gecampt. Noü, das stimmt! Nee, das stimmt! Wo bist du hin? Ich Hör doch deiner Scheißradar hier rumstehen. Wo ist dieses Cockradar, Alter? Aufklärung. Oh fuck. Oh fuck. Ach komm, LJ, Alter. An den gammeligsten Spot der Welt, Alter, gammelt der. Wo kommt, wo kippt der denn? Oben. Bei dem Gastank. Da, dass ich die schon hochgejagt habe. Er ist halt immer noch, Alter. Den bekomme ich denn nicht mehr, Digga? Natürlich nicht, ich habe die abgescoopt. Oh Gott. Leute, Alter. Kommt mal ein bisschen runter vom Thron des Zorns. Oh fuck. Bei dem Wurfmeißer ging nur vor die... Oh, und Kari bist du auch. Erstmal direkt petzen. Oh Gott. Ich bin einfach so schlecht. Das kommt halt, wenn man Ewigkeit nicht gespielt hat, ne? Okay. Der LJ hat den Vorteil, dass... ...mega offen ist und einmal seinem Radar... ...perst Ecke direkt abcammt. Ah, klar. Wo ist hier Eckencamper? So, wo ist das? Ohne Scheiß. Hast du mich da hinten nicht gesehen? Ah, no. LJ ist im Flugzeug. Hm. Du bist bei der Bürgerbude. Ach. Aufklär ist der mit dem Wurfmesser und nicht mit dem Nahkampf. Das freut mich auch. LJ, fragen oder fragen, ne? Ach ja, und Lennu? Karin ist die Schnür bei der Bürgerbude. Der ist immer bei der Bürgerbude. Ja, gut. Schuldi und mein Fehler. Ach so, alles klar. Warte, ich guck mal kurz in die Bürgerbude rein. Ich seh ihn nicht. Ich war nicht im Cockpit. Wer ist denn im Cockpit gewesen? LJ. Ne, ich war nicht im Cockpit. Ja, LJ, Alter. Was, ja, LJ? Ich kann nichts dafür, dass du schreit. Ist okay, LJ. Ich weiß nicht mehr, wo ihr seid. Och, komm, LJ, Alter. Ach, LJ hat den Job sich genommen. LJ, wie ist der Job so? Ja, war auch geil. Ja? Was? Oh, Karin. Was? Du bist unter mir, verpiss dich. Ups, ich hab ja grad den Z auf. Wie unter dir? Oh, fuck. Wie kommst du auf, wie kommst du auf, dass ich unter dir bin? Deswegen. Verpiss dich, Mann. Oh, fuck, verdammt! LJ lief irgendwo unten beim Flugzeug rum. Ach, komm. Was bist du? Ey, was ich dachte, wer LJ ist. Oh, schöner Schuss. Danke, danke. Das war ein Flick, den hab ich noch gesehen. Dich nicht an sich, weil er ziemlich verfreut. Hast du noch Magic? Äh. Warte mal kurz, ich muss mich kratzen. Magic, glaube ich, kann ich nicht mehr, ne. Das ist dann aber zu lange her. Was? Mann, Alter, ich sehe, wo du Karin. Und vom anderen werde ich getötet. Genau. Der ist jetzt in der Bürgerbude. Wo ist er? Ach, ihr seid da. Ach, komm. Ach, komm. Nein, ich bin runtergefallen. Nein, ich bin noch oben, Jungs. Ich bin noch oben. Ey, was ist ihr ein bisschen sandwiched, Alter? Was? Fuck, okay. Nicht dein Ernst. Ach, komm, Lenno. Wer hat Taktik-Einstieg-User? Oh, wie ist die scheiße Taktik-Einstiege, ey. Typisch Lenno. Du versuchst, mich gerade nachzumachen. Nee. Boah. Danke, AJ, dass du verschlossen hast. Das war... ein heftiges Teil. Ach, komm. Mein Aim ist wieder on top, Alter. Ohne Spaß. Das ist doch schön. Wenn das jetzt schon on top ist. Ich wäre kack. Ich geb dir so viel her, Digga. Oh, da kommt K. von hinten. Ach, komm, Alter. Ist das dein Ernst? Ja, Taktik-Einstieg. Wie kann man nur mit Taktik-Einstieg spielen? Nehmt man das... LOL, LOL, LOL. Was? Skipsnads. Ich fass sowas von drauf, Digga. Ach, komm. Du hast da Taktik-Einstieg gesetzt. Aber ich weiß nicht, wo. Aber LJ weiß, wo. Ah, das ist bei mir. Bin ich gar nicht. Fick'n. Ach, komm, LJ. Warum machst du denn sowas? Hä? Was soll'n' das? Wer gewinnen möchte. Ich bin mit Radar. Gammelt die Taktik-Abstiege ab. Richtiger komischer Typ. Das ist aber komischer Kanz. Boah, das ist krass. Ja, genau! Weck'n mir die Eier! Ihr seid so schlecht! Wir? Ist die nicht sehen, jo. Oh, Mann, Alter. Auf jeden Fall, Leute, danke fürs Zuschauen. Lasst'n' Like da. Oh, Mann, ey. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Ciao!